Die Stadt in eine fremde Atmosphäre getaucht. Ein Zustand, der herausfordert und zum Umdenken zwingt. Der an die Vernunft appelliert und Disziplin erfordert. Aber auch dem Selbstverständlichen eine neue Bedeutung gibt. Ein Zustand, aus dem wir gestärkt hervorgehen wollen. Mit Vertrauen, Mut und Zuversicht. Füreinander und Gemeinsam Aachen, meine Stadt Aachen, meine Stadt Aachen, meine Stadt Aachen, meine Stadt Aachen, meine Stadt